Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten den glorreichen Rosenkranz mit dem Zusatzgebet der Liebesflamme. Überflut die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich der Hölle. Am dritten Tag auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das erste glorreiche Geheimnis Die Auferstehung Jesu Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, tragen zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Lukas 24, 1-6 Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und befreie uns von der Verirrung. Jesus schütze und rette die Ungeborenen. Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Das zweite glorreiche Geheimnis Die Himmelfahrt Jesu Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Markus 16, 19 Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht und gebenedeitest die Frucht, Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, und befreie uns von der Verirrung. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Amen. Das dritte glorreiche Geheimnis Die Herabkunft des Heiligen Geistes im Abendmahlssaal Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten, auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Apostelgeschichte 2, 1-4 Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und befreie uns von der Verirrung. Jesus schütze und rette die Ungeborenen. Jesus schütze und rette die Ungeborenen. Siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Das vierte glorreiche Geheimnis, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Lukas 1, 48-49 Nach Vollendung Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Lukas 1, 48-49 Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der von den Toten auf der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen. Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde und gebenedeitest die Frucht die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen O mein Jesus verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel und befreie uns von der Verirrung Jesus schütze und rette die Ungeborenen O Maria siegreiche Königin der Welt zeige jetzt deine Macht O Maria Königin des Friedens bitte für uns das fünfte glorreiche Geheimnis die Krönung Mariens zur Königin des Himmels und der Erde dann erschien ein großes Zeichen am Himmel eine Frau mit der Sonne begleitet der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt Offenbarung 12,1 Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit besonders die Kleine jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau in den Himmel aufgenommen der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken und deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus der dich o Jungfrau im Himmel gekrönet hat Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war am Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen O mein Jesus verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel und befreie uns von der Verirrung Jesus schütze und rette die Ungeborenen Siegreiche Königin der Welt zeige jetzt deine Macht Gegrüßet seist du, O Königin Mutter der Barmherzigkeit unser Leben unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas zu dir seufzen wir trauend und weinend in diesem Tal der Tränen Wohlanden du unsere Fürsprecherin wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus die benedeite Frucht deines Leibes O Gütige O Milde O süße Jungfrau Maria bitte für uns auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi Herr erbarme dich unser Herr erbarme dich unser Christus erbarme dich unser Christus erbarme dich unser Christus höre uns Christus erhöre uns Gott Vater vom Himmel erbarme dich unser Gott Sohn Erlöser der Welt erbarme dich unser Gott Heiliger Geist erbarme dich unser Heiliger Geist Heiliger Geist Heiliger Geist Heiliger Geist Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns. Heilige Jungfrau der Jungfrauen, bitte für uns. Mutter Christi, bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade, bitte für uns. Du reine Mutter, bitte für uns. Du keusche Mutter, bitte für uns. Du unversehrte Mutter, bitte für uns. Du unbefleckte Mutter, bitte für uns. Du liebenswürdige Mutter, bitte für uns. Du wunderbare Mutter, bitte für uns. Du Mutter des guten Rates, bitte für uns. Du Mutter des Schöpfers, bitte für uns. Du Mutter des Erlösers, bitte für uns. Du Mutter der Barmherzigkeit, bitte für uns. Du weise Jungfrau, bitte für uns. Du ehrwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du lobwürdige Jungfrau, bitte für uns. Du mächtige Jungfrau, bitte für uns. Du gütige Jungfrau, bitte für uns. Du getreue Jungfrau, bitte für uns. Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit, bitte für uns. Du Sitz der Weisheit, bitte für uns. Du Ursache unserer Freude, bitte für uns. Du Tempel des Heiligen Geistes, bitte für uns. Du Tabernagel der ewigen Herrlichkeit, bitte für uns. Du Wohnung ganz Gott geweiht, bitte für uns. Du geheimnisvolle Rose, bitte für uns. Du Turm Davids, bitte für uns. Du Elfenbeinerner Turm, bitte für uns. Du goldenes Haus, bitte für uns. Du Arsche des Bundes, bitte für uns. Du Pforter des Himmels, bitte für uns. Du Morgenstern, bitte für uns. Du Heil der Kranken, bitte für uns. Du Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Du Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Du Hilfe der Christen, bitte für uns. Du Königin der Engel, bitte für uns. Du Königin der Patriarchen, bitte für uns. Du Königin der Propheten, bitte für uns. Du Königin der Apostel, bitte für uns. Du Königin der Betrübten, bitte für uns. Du Königin der Betrübten, bitte für uns. Du Königin der Jungfrauen, bitte für uns. Du Königin der Heiligen, bitte für uns. Du Königin der Christen, bitte für uns. Du Königin ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns. Du Königin in den Himmel aufgenommen, bitte für uns. Du Königin des Heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Du Königin der Familien, bitte für uns. Du Königin des Friedens, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich, unser, o Herr. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache, nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit, dereinst aber gib uns die ewige Freude, durch Christus, unseren Herrn, Amen. Wir bitten für unseren lieben, heiligen Vater, Pfarrer Rudolf, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib, Amen.